ja hallo heute ist sonntag der 15 januar 2017 und wir sind im golf hotel semlin am tesla destination charger viele grüße an alle tesla fans und viele grüße an tesla alex in berlin dein kanal ist super ich habe dich bei facebook abonniert mach weiter so ja und ich habe mal auf der tesla karte geguckt wo jetzt wieder neue destination charger sind und habe dann ganz erstaunt festgestellt dass jetzt im havel land einer ist und hier sind drei stück nebeneinander steht leider kein tesla da heute und da muss man irgendwelche wertmarken einwerfen vermutlich gibt es die im hotel typ 2 stecker tolle sache ccs und schademo haben sie natürlich nicht ja das war es schon das golf hotel semlin